Hallo zusammen, da sind wir zurück bei Goodbye Deponia auf dem Organankreuzer. Wir sind jetzt schon geflohen von Deponia mit allen anderen hier im Schlepptau und jetzt muss man ja hier irgendwie durch, ne? Also reden wir mal mit denen und was passt da am besten? So, dann gehen wir mal da lang. Wo er recht hat, hat er recht. Immerhin ist er der Amtmann. Ja, genau. Immerhin bin ich der Amtmann. Und? Ist das der richtige Stock, Herr Amtmann? Das müssten Sie doch eigentlich wissen als Amtmann. Ja, klar. Sind Sie sich da auch ganz sicher? Natürlich bin ich mir sicher. Ich bin der Amtmann. Ich bin mir immer sicher. Na dann. Aussteigen, meine Herren. Der Amtmann sagt, wir sind da. Stimmt, genau. Gliedes? Nein, Argus, du hast es erraten. Und du bist wohl Rufus. Ganz schön tollkühn, dass du dich hierher traust. Tollkühn und dumm, wie immer. Oder ist dir am Ende gar nicht klar, dass ich dir jetzt alle Knochen einzeln brechen muss? Warte. Können wir das nicht irgendwie auf zivilisierte Weise klären? Nein, danke. Die Zeit für gütliche Einigungen ist abgelaufen. Auf diesen Tag habe ich mich gefreut. Fäuste hoch! Ei, ei, ei. Was haben wir denn da? Ein Drosselglied, um die Fahrstuhlgeschwindigkeit zu regulieren? Wer braucht denn sowas? So, hey. Jetzt machen wir das noch mal hier. So, den sind wir los. Wenn wir gleich machen können, habe ich gar nicht gedacht. Egal. Gehen wir raus hier. Ach, Herr Altmann, endlich. Die Mannschaft wartet schon ganz ungeduldig. Warten? Auf ihre Rede natürlich. Und ich darf hinzufügen, dass ich persönlich nicht weniger aufgeregt bin. Ihre Reden sind immer so inspirierend, so eloquent. Sie spielen auf der Menge wie auf einem Musikinstrument. Mit Verlaub, wenn ich mir die Bemerkung vielleicht gestatten darf, ein weniger charismatischer Redner würde von so einem Publikum doch sonst zerfleischt werden. Aha. Würde er das? Aber sicher. Ihre Worte jedoch sind die pure Magie. Unnachahmlich. Doch genug meiner bescheidenen Schwärmerei. Sie sollten anfangen, bevor die Meute noch unruhiger wird. Ja, ja. Das können wir schließlich nicht wollen. Wohlan, elektrisieren Sie uns. Versprühen Sie Ihren Zauber. Ja, einen Moment. Ich glaube... Test, Test. Meine Herren, es spricht nun zu Ihnen unser aller Vorbild. Unser Anführer, unser Vordenker, unser Idol. Amtmann Argus. Der mir eben noch einmal persönlich versichert hat, dass seine heutige Ansprache, ihre Herzen für unsere gemeinsame Sache in nie dagewesener Weise entflammen wird. Und nun... stillgestanden! Das Wort hat Amtmann Argus. Das hat er gewusst. Und er hat mich volle Latte auflaufen lassen. Dieser Arsch! Das war ja nicht so gemein. Dieser Arsch also, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, ähm... dass dieser... dieser Arsch... Da oben auf der Brücke... ...ist nur einer von 11.000 Arschen hier an Bord. Der Organon ist... Das Wort ja schon sagt, eine Organisation aus Erschung. So wurden wir konstruiert. Das ist unsere heilige Bestimmung. Ich weiß, ich weiß, was Sie jetzt denken. Wie kommt ihr dazu, so etwas zu behaupten? Ja, wie komme ich eigentlich dazu? Schaut mich doch mal an! Ich weiß, jeder von euch hält mich für einen Arsch. Weil ich mich wie einer aufführe. Aber warum ist das so? Doch nur, weil es von mir erwartet wird. Als Vorgesetzter ist man immer zur Hälfte Arsch und zur Hälfte Vorbild. Und wenn ich euch anscheiße, dann reicht es einfach nach unten weiter. Die Befehlskette ist in Wirklichkeit nichts anderes, als eine Kette von Erschen, die sich gegenseitig anscheißt. Eine defektatorische Fissrenne! Schaut uns doch mal um! Was machen wir hier eigentlich? Wir sollen einen Planeten sprengen, auf den wir eigentlich scheißen. Für Leute, die uns am Arsch vorbeigehen. Ist es nicht an der Zeit, der Wahrheit ins Auge zu blicken, dass wir hier die Herrsche sind? Warum tun wir also nicht das, was von uns erwarten wird? Von Scheißentraum! Na los! Sag es! Wir scheißentraum! Schaut euch doch mal unser Lohnhof an! Da hat doch irgendein jemand bei einer Betriebsfeier seinen Hinterteil auf den Kopyrer gelegt. Und sei wert hier dieser traurige Anblick unser Mann. Der Abdruck eines nachliebigen, hängenden Eltern. Ah, darf es uns nicht Wunder nehmen, dass man uns wie Ärsche behandelt. Gut, ich könnte euch noch tausend weitere Beispiele nennen. Fakt ist, wir sind hier die Ärschen. Aber ist das ein Grund, sich zu schämen? Ich sage nein! Oh nein! Ich bin stolz darauf, was ich bin. Ich bin ein Arsch! Und das seid ihr auch! Ihr seid auch alle Ärschen! Es wird Zeit der Welt zu zeigen, was in uns steckt. Lang leben, Arsch! Sind Sie zufrieden? Sehr inspirierend! Wie immer! Sauber! Dann kann ich ja gehen! Wo geht es zur Brücke? Was ist mit der Hymne? Der Hymne? Genau! Nach jeder Ansprache stimmen Sie unsere Hymne an. Das können Sie doch nicht vergessen haben. Äh, ach so. Die Hymne. Ne? Ja. Los geht's! Oh Gott, ey! Oh Gott, ey! Okay, wir gucken uns das mal kurz an. Die müssen den entweder runter oder hoch bringen. Und dann Pu dooft euch etwas b cultural Motivation. Oh Gott, ey! Oh Gott, wie auch mal. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, wie auch mal. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, wie auch mal dagegen. Oh Gott, wie auch malen. Okay, noch ist es. Könnte man das mal bitte stoppen? Das ist schon mal richtig. Okay, noch mal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Es geht noch ein Ton runter, okay... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, 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 Thomas... Oh god gnarn oh Oh Non non Oh God Non Voilà Non Oh Oh Non Oh Oh-ga-no-n. Oh-oh-ga-no-n. Oh-oh-oh. Oh-ga-no-n. Oh-ga-no-n. Oh-oh-ga-no-n. Oh-oh-oh-ga-no-n. Bin ich doch bald richtig hier, oder? Oh-ga-no-n. Oh-oh-ga-no-n. Oh-oh-oh-ga-no-n. Jetzt haben wir überall fast Herzen gehabt. Jetzt auf die eine Note. Oh-oh-ga-no-n. Oh-oh-oh-ga-no-n. Die passt halt noch nicht, ne? Oh-oh-ga-no-n. 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 Oh-oh-oh-ga-no-n. Ah, jetzt hatten wir es. Okay. Kann ich schon langsam bedenken, weil die Maus verschwunden war. Oh-oh-oh-ga-no-n. Also kein schweres Rätsel, nur wenn man nicht leicht die richtigen Töne trifft. Dann probiert man halt hin und her. Child and Error geht hier schon bei dem Rätsel ganz gut. Oh-oh-ga-no-n. 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 Ah, Glytus. Da sind Sie ja. Wo ist Ihre geheimnisvolle Begleiterin? Ich hatte gehofft, Sie stellen mir endlich die Person vor, die uns so viel Ärger bereitet hat. Alles zu seiner Zeit. Sie ist an Bord. Was Ihnen da schon eher Sorge bereiten sollte, ist, wer sich noch alles an Bord befindet. Ihr sauberer Amtmann Argus hat den kompletten Organon auf dieses Hochboot verfrachtet. Was? Das kann nicht wahr sein. Wo ist dieser Verräter? Tja, diesbezüglich habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Irgendjemand muss den Boden vom Fahrstuhlschacht sauber machen. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Argus, ich fasse es nicht. Sie wollten mich hintergehen? Hinter meinem Rücken den Organon nach Elysium schaffen? Tja, aber er hat die Rechnung ohne mich gemacht. Ich bin der Wirkung. Und ohne mich. Was ist hier los? Wer ist das? Ich bin der echte Kletus. Das dort ist nur ein billiger Abklatsch. Was genau genommen keinen Unterschied macht. Plus oder minus zwei Nullen? Meine Rechnung geht auf. Dieses Hochboot steht jetzt unter meiner Kontrolle. Nicht so lange ich das verhindern kann. Stopp! Dieses Hochboot fährt nicht länger nach Elysium. Was? 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 Ich werde das Projekt Utopia auf keinen Fall gefährden, indem ich eine Invasionsarmee direkt nach Elysium kutschiere. Ich leite die Sprengung Deponias ein. Sofort! Elysium wird seine Reise etwas früher antreten müssen, als erwartet. Halt! Null ist es! Sieh nahe! Das ist doch Wahnsinn! Mein Entschluss steht fest. Versucht nicht, mich davon abzuhalten. Aber... Aber was? Aber was ist mit den Deponianern? Was soll aus ihnen werden, wenn ihr Planet erst einmal gesprengt ist? Genug Energie, um Elysium zum nächsten bewohnbaren Planeten zu katapultieren. Wie ich hoffe. Haben Sie denn gar keine Skrupel? Oh doch, die habe ich. Aber es muss sein. Und du wirst mich bestimmt nicht davon abbringen. Aber... Aber was ist mit dem Organon? Was soll mit ihm sein? Der Organon war von Anfang an zur Sprengung bestimmt. Ach, stimmt ja. Aber... Aber was ist mit mir? Ich will nicht sterben. Ich weiß. Du bist der dritte Prototyp, nicht wahr? Tja. Die Tragik hinter der Alpha-Generation hat mich schon immer fasziniert. Darum habe ich damals auch Argus unter meine Fittiche genommen. Du denkst vielleicht, dass du nicht dazu gehörst. Aber im Grunde genommen bist du genauso zum Tode vorherbestimmt wie der Rest des Organon. Und dass du nicht sterben willst, ist nichts weiter als ein Konstruktionsfehler. Aber... Aber was ist mit ihnen? Sie werden genauso draufgehen wie alle anderen. Das ist wahr. Aber dieses Opfer werde ich in Kauf nehmen. Bei all dem Leid, das ich verursacht habe, habe ich ohnehin nichts Besseres verdient. Aha. Dann haben Sie also doch ein Gewissen. Sie müssen das hier nicht tun? Oh doch. Ich muss. Aber... Warum wollen Sie sich für die Elysianer opfern? Wer oder was zwingt Sie dazu? Eponia mag vielleicht nicht das Paradies sein, aber man kann dort leben. Viele Menschen tun das. Und nicht alle da unten sind so unzufrieden wie ich. Ich weiß das. Ich kenne das Leben auf der Oberfläche. Ich selbst habe dort lange Zeit verbracht. Wie eine Ratte zwischen den Apfellen. Das ist kein würdiges Leben. Nicht für... Für wen nicht? Für einen Haufen arroganter Schnösel? Hey, hey. Wenn Sie es genau wissen wollen. Es geht mir um meine Tochter. Sie lebt auf Elysium. Sie soll es einmal besser haben als ich. Auf Utopia. Das hier tue ich für dich, Joel. Nein! Du alter Narr! Was haben Sie getan? Was wohl? In wenigen Minuten verlässt ein Funksignal dieses Hochboot. Damit werden die Sprengtürme rund um den Planeten aktiviert. Eponia wird zerstört. Und Elysium kann endlich seine Reise nach Utopia antreten. Ich habe meine Tochter gerettet. Das habe ich getan. Ich fürchte, da muss ich dir widersprechen, Paps. Doll! Was? Und du bist... Wie? Ich bin Mitglied des Nachteponia gegangen. Ich wusste, dass du das niemals zulassen würdest. Darum haben wir dir nie etwas davon erzählt. Du warst das Mädchen, das wir gesucht haben. Diejenige, die aus Mitleid zu diesen Schrottplatzbewohnern unser Vorhaben sabotiert hat. Es ging die ganze Zeit um dich. Können wir die Familienzusammenführung nicht ein anderes Mal feiern? Eponia kann jeden Augenblick in die Luft fliegen. Und wir gleich mit, inklusive ihrer Tochter. Genau! Worauf warten Sie, Ulysses? Brechen Sie die Sprengung ab! Das... Das ist unmöglich. Können wir es nicht irgendwie unterbrechen? Dazu müsste man schon die Senderantenne zerstören, bevor die Übertragung beendet ist. Die Senderantenne? Natürlich! Aber der Sender ist auf dem Dach! Es wäre quasi Selbstmord. Wer wäre schon so verrückt, das zu probieren? Ich mach's. Ich bin dabei. Ich auch. Na dann! Worauf wartet ihr? Ich komme auch mit. Du bleibst hier, Fräulein. Ich habe noch ein ernstes Wort mit dir zu reden. Wie gut, dass man Argus... Äh, nicht Argus, sondern Rufus an seinem Bart erkennt. So, Rufus, komm mal her. Wunderbar, so eine Antenne. Und mit der balancierst du jetzt hier rüber? Los, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Puh, das war spaßig. Spaßig! Du hohle Nuss hättest uns beinahe umgebracht. Das habe ich schon so oft gehört. Aber noch nie du hast uns umgebracht. Und da liegt der Unterschied. Das reicht jetzt. Das Maß ist voll. Ab jetzt wirst du dich zurückhalten. Wir übernehmen den Rest. Also, wie gehen wir vor? Du könntest springen? Viel zu weit. Aber vielleicht könntest du den Rotor anhalten. Sei kein Rufus. Die Rotoren halten das Hochboot in Waage. Selbst wenn wir ihn blockieren könnten. Das Hochboot würde kippen. Das wäre unser Ende. Dann holen wir den Sonderhals so runter. Ich habe einen Plan. Stopp! Und nicht! Haha, getroffen! Und? Wer ist jetzt hier, der Dorftrottel? Oh, natürlich. Wie sich das gehört? Hä? So. Dann guck doch hin! Der Sender ist in den Rotor gefallen. Und er blinkt fröhlich und wohlbehalten vor sich hin. Verdammt! Er ist immer noch aktiv. Wie sollen wir denn da jetzt rankommen? Da unten ist ein Catwalk. Ja, den habe ich auch schon wahrgenommen. Wie stehen wohl unsere Chancen zu springen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass wir es überleben, ohne vom Rotor zerfetzt zu werden. Hm. Eins zu drei ist doch nicht schlecht, oder? Es kommt drauf an. Es entspricht in etwa deinem Gehirnzellen-Pro-Kopf-Verhältnis. Na, wie nett. Eins zu drei ist doch nicht schlecht, oder? Wenn wir alle drei von unterschiedlichen Positionen ausspringen, kann es einer schaffen. Das ist doch Irrsinn. Hast du einen besseren Vorschlag? Dann ist es entschieden. Wir alle springen auf drei. Eins. Zwei. Drei. Rufus? Rufus, aufwachen! Aua! Was... Was ist passiert? Du hast es geschafft! Bravo! Wo ist Cletus? Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Ganz sicher bin ich mir nicht. Es ging alles sehr schnell. Naja, siehst du den Sender? Ja, irgendwo. Ich bin dran. So, und da Rufus so toll schrauben kann. Holen wir uns... Setzen wir mal hier eine Schraube jetzt rein. Wir tauschen die jetzt. Wer verteilt, wie ich es jetzt nicht mache. Da. Machen wir auch noch eine Schraube. Da ist noch eine. Da ist doch schon eine Schraube. Ach, da ist noch eine. Auf der anderen Seite, das soll nicht sein. Okay. So, jetzt machen wir den Sender. Ach, ich hab ihn. Hörst du, Argus? Ich hab ihn. Sehr gut. Und jetzt? Kaputt machen. Hä? Was? Ach so. Ja klar. Meine leichteste Übung. So, wir haben ja hier Schrauben jetzt. Und da auch noch. Als es geht. Nee, einmal reicht. Okay. Okay. Er war bei jemandem sehr sparsam, was den Einsatz von Schrauben angeht. Vielleicht hat er meinen Blog gelesen. Mal gucken, das reicht. Nein! Was tust du? Ich zerstöre den Sender. Was sonst? Du willst doch nicht deine Hand in den Rotor halten, oder? Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist. Aber... Das übertrifft an Dämlichkeit wirklich alles, was ich jemals gehört habe. Ich habe es geschafft. Der Sender ist kaputt. Der Podia ist gerettet. Ja, ganz große Klasse. Und nur, um es noch ein bisschen interessanter zu machen, hast du den verdammten Rotor blockiert. Dann hilf mir hoch, damit wir den Rotor wieder zum Land kommen. Es wäre schön blöd, wenn das Hochboot gerade jetzt auseinanderbräche, wo Elysium ja schon fast in Wurfreichweite ist. Ja, das ist eine Idee. Eine andere wäre, dich da unten verfaulen zu lassen. Was kommt wohl ganz drauf an? Worauf kommt das an? Wie du dich entscheidest? Hilfst du mir bei meinem Putsch gegen den Ältestenrat? Wie bitte? Was ist denn jetzt los? Irgendwas blockiert den Steuerbordrotor. Ist das schlimm? Keine Ahnung. Wie bist du, Deponia, bereits? Wir werden abstürzen. Aber wir sind doch so gut wie da. Man kann bereits die unteren Schleusen erkennen. Die Schleusen sagst du? Aber natürlich. Die Wartungsleitern. Vielleicht kann ich uns lange genug auf Position halten, um das Hochboot zu evakuieren. Los, trommeln deine Freunde zusammen. Und was ist mit den Organons? Die natürlich auch. Jetzt, da die Sprengung abgesagt ist, wird Argus seinen Plan ja wohl hoffentlich noch einmal überdenken. Ich benachrichtige den Ältestenrat. Aber was wird aus dir? Go, wir haben jetzt keine Zeit für Diskussionen. Geh jetzt! Ich glaub das jetzt nicht. Du hast immer noch vor, mit dem Organon in Elysium einzurücken? Warum denn nicht? Wo sollen wir sonst hin? Das werde ich niemals zulassen. Sie ist doch ein, Ufus. Diese Soldaten da unten sind unsere Brüder. Sie haben dieselben Gene. Wir sind im Grunde identisch. Warum solltest du nach Elysium dürfen und nicht einer von ihnen? Oder zwei? Oder drei? Wo ist die Grenze? Wer entscheidet das? Du etwa? Nein. Aber, na dann. Was sagst du? Niemals! Tja, schade. Aber nicht zu ändern. Ich hatte mir schon gedacht, dass du uneinsichtig sein würdest. Mach's gut, Rufus. Nein, nicht doch! Da seid ihr ja wieder. Oh, das schmerzt. Oh, wie scheußlich ist die Welt. Selbst schuld. Ach, ja, lach du nur. Aber jetzt sitzen wir schon wieder im selben Boot. Ich glaube, ich kann mich befreien. Um Himmels Willen. Der Rotor klemmt nur, weil wir dazwischen stecken. Wenn sich einer bewegt, beginnt er sich wieder zu drehen. Dann sterben wir alle. Aber wenn wir den Rotor weiterhin blockieren, wird das Hochboot abstürzen. Wir sind so oder so tot. Ach, wie sind wir nur in diese bescheuerte Lage geraten. Was guckt ihr mich so an? Das habt diesmal ihr verbockt. Wie? Diesmal keinen intelligenten Plan parat? Lasst mich nachdenken. Nope. Die Lage ist aussichtslos. Wenigstens eine gute Nachricht. Rufus? Kletus! Bull! Was ist denn hier passiert? Ist doch egal. Du musst uns hier rausholen. Und am besten, bevor das Hochboot abstürzt. Ja, dafür ist es wohl zu spät. Papps sagt, dass die ständigen Ausfälle des Rotors die Maschinen beschädigt haben. Er kann das Hochboot für den Augenblick noch in Position halten. Aber die Evakuierung hat begonnen. Es sind jetzt nur noch Minuten. Na, tolle Wurst. Jetzt kommen alle nach Elysium außer mir, oder was? Ja, genau. Hol mich hier raus. Du kannst sowieso nur einen retten, ehe sich der Rotor zu drehen beginnt. Nein. Es muss doch eine Möglichkeit geben, euch alle da rauszuholen. Gibt es aber nicht. Komm schon. Triff deine Entscheidung. Wie soll ich mich denn entscheiden? Ich weiß ja nicht einmal, wer wer ist. Ich bin Rufus. Ist doch gelogen. Ich bin Rufus. Die lügen beide wie gedruckt. Ich bin Rufus. Na super. Und jetzt? Kann der echte Rufus das nicht irgendwie beweisen? Natürlich kann er. Ich weiß etwas, was diese beiden Simulanten da unmöglich wissen können. Ach ja? Was denn? Ist doch egal, was ich sage. Wir drehen uns hier im Kreis. Ja, aber wie soll ich mich denn sonst entscheiden? Ach, Rufus hin, Rufus her. Ist doch egal. Lass uns einfach hier und verschwinde. Hauptsache du überlebst. Ach, jetzt hat er sich verraten. Genau. Der echte Rufus, also ich, würde so etwas nie sagen. Das stimmt. Das klingt wirklich nicht nach Rufus. Kann es sein, dass du dich so geändert hast? Der echte Rufus wird sich nie ändern. Das weißt du. Dann ist das vielleicht wieder nur ein Trick, um gut dazustehen. Nein! Es ist wahr. Ich bin nicht Rufus. Erde heißt Rufus. Was? Ja klar. Er hat recht. Ich bin Rufus. Ist das ein Trick? Ein letztes Manöver? Du weißt, wenn ich ihm helfe, kannst du dich nicht mehr umentscheiden. Du wirst fallen und sterben. Ganz sicher. Bringt doch mal nach. Wie kann ich der echte Rufus sein? Der echte Rufus wird nie aufgeben. Sich nie ändern. Und niemals... loslösen. Stopp! Nein! Nein! Komm schon, Goal. Wir müssen hier weg. Komm. Hallo, Rufus. Oh, Barry. Barry, was machst du hier? Du bist mein Vorbild. Schon vergessen? Und ich... ...folge dir überall hin. Nein, im Ernst. Ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich bewundere, was du hier tust. Erst war ich natürlich geschockt. Aber dann habe ich es verstanden. Brillant. Wirklich. Es war im Grunde die einzige Möglichkeit, die du hattest. Ein Geniestreich. Also auch philosophisch gesehen. Jetzt die komplett selbstlose Tat. Wow. Rufus. Der unverbesserliche Rufus hat sich schließlich doch noch ge... Ah! Tja. Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha 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 ha ha! Bist du bereit? Ich weiß nicht. Denkst du wirklich, dass dieses Ensemble hier angemessen ist? Aber Rufus. Jeder weiß, dass du ein Deponianer bist. Schon vergessen? Du musst dich nicht mehr verstellen. Nie wieder. Du kannst einfach du selbst sein. Für alle Zeiten... Rufus. Das ist doch wirklich... Volllässig. Ah, da sind ja unsere Helden. Die Retter Deponias. Tja, da habt ihr uns ganz schön was eingebrockt, was? Euer Bericht stellt uns vor ein schwieriges Dilemma. Jetzt, da wir wissen, dass Deponia bewohnt ist, ist unsere Reise nach Utopia natürlich vorerst abgesagt. Aber das Hochboot ist zerstört. Das Kabel gekappt. Und mit den ganzen neuen Mitbürgern an Bord werden unsere Ressourcen noch schneller verbraucht als befürchtet. Was wird nun aus Elysium? Müssen wir auf Deponia landen? Sollte es das? Fragen über Fragen. Auf die ich leider auch keine Antwort habe, Eminenz. Aber dieser Deponianer hier ist ein richtiges Genie. Wer... Ich? Wenn ihr ungewöhnliche Ideen braucht. Sein Einfallsreichtum kennt keine Grenzen. Nur zu. Jeder Vorschlag ist willkommen. Äh, das cool. Du schaffst das schon. Nun, äh, 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 äh. Man könnte doch Raketen an Elysium anbringen. Bitte weiter. Oder solche Flugdrachen. Und wenn wir einen riesigen Zeppelin mit Monster-Truckreifen ausstatten würden. Monster-Truckreifen? Ja, dann könnten wir vielleicht ein paar Adler trainieren. Oh, nö, nö, nö. Können wir nochmal auf die Flugdrachen zurückkommen? Wie groß müssten die sein? Oh, riesig. Mit so großen Zähnen vor allem. Vor allem die Eckzähne. Ganz, ganz groß und lang. Und mit sich auf den Feuerschwein. Das Buch zugeschlagen, das bleibt noch zu sagen. Irgendjemand noch fragen? Dann eben mich. Doch wenn du dich allein fühlst und du an dir zweifelst, dann habe ich hier einen Vorschlag für dich. Greif zur Mundharmonika. Sing von Deponia. Von Rufus und Kohl und dem Leben im Dreck. Und vom Umstand, dass man wohl manchmal die Welt nur retten kann, wenn man loslässt. Und wenn es so ist, dann bin ich mal weg. Das war es an dieser Stelle mit Goodbye Deponia. Hat wieder genauso viel Spaß gemacht wie die anderen beiden Teile. War auch, glaube ich, etwas länger. In jedem Fall gab es ja eine längere Phase diesmal, als wir drei Rufusse hatten. Aber, keine Angst, es gibt noch einen vierten Teil. Wenn ihr den gerne sehen wollt, schauen wir uns den natürlich an. Jetzt genießen wir hier noch den Abspann. Und sehen uns dann bei einem neuen Projekt wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020